Yo 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 yo. Was geht mit euch? Ich bin's wieder Mert. Und Celine. Oho, und Celine. Wie geht's dir? Gut, und dir? Auch. Wie viel ist heute vom Fasten? Fünfter. Und du hast ja auch heute gepasst. Wie war's heute? Äh, geht so. Bisschen schwer. Schwer? Ja, bisschen. Man hat richtig Durst, ne? Man hat Trisch Durst, ne? Ja. Trisch Durst? Ja. Ja, heute war es auf jeden Fall Katastrophe. Boah, das war... Erzähl mal, was passiert. Also, wir wollten gerade essen und dann, er war richtig blass. Aber was habe ich davor gemacht? Er hat gesagt, also du hast gesagt, dir ist schlecht. Ja, Alter, das war so. Scheiße, wäre Gyshan bloß, hier hätte sie das geil gesagt. Das Ding ist, ich habe so circa 20 Minuten trainiert, also zu Hause mit ein bisschen Hantel und Liegestütze und Klimmzüge und so. Und als ich dann am Tisch saß, erzähl jetzt mal weiter. Er war ganz blass, er hat gesagt, mir ist schlecht, er hat gezittert, seine Hände waren so. Und dann, meine Mutter hat gesagt, lass dein Gesicht waschen. Und dann sind sie so gegangen und er hat die ganze Zeit so... Und dann, als ich im Klo war, er ist irgendwie runtergefallen und meine Mutter konnte ihn nicht halten. Leute, ich schwör auf alles, ich bin richtig in Ohnmacht gefallen, da riecht ich so weg, so bam. Ich habe zwar alles gehört, was meine Eltern, meine Schwester und so gesagt haben, ich konnte mich weder bewegen, noch konnte ich irgendwas machen. Ich war einfach weg, aber ich habe alles mitgehört. Und hier, sie und Gyshan, ich höre die einfach nur lachen. Die lachen mich einfach aus, ich falle in Ohnmacht und die lachen mich einfach aus. Ich dachte mir, entspannt euch mal, was geht ab? Ihr Bruder stirbt da fast und die lachen sich tot. Aber sonst war das traurig, ne? Ja. Grisch? Ja. Sag mal, Ridi. 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 Ridi mit Gesicht. Ridi. Ja, Mann. Ich schwör es euch, ich bin eiskalt in Ohnmacht gefallen. Ich sag euch eine Sache, Leute. Wenn ihr keinen großen Wert darauf legt, zu trainieren und so, macht einfach Pause. Macht einfach einen Monat Pause, ich schwör es euch. Ich bin einfach in Ohnmacht gefallen. Ich lag einfach, bam. Ich saß am Tisch. Oh, oh, warte, warte. Und mein Vater hat ihm zwei Backpfeifen gegeben. Ach so, ja, genau. Als ich dann gerade noch zu mir gekommen bin, ich spiele noch so, bam, klatschen und so. So, ich sag, okay, okay, mir geht's gut. Ich hatte hier so abdrückt einfach. Also, das war echt nicht mehr witzig. Deswegen sage ich euch eins, macht einfach Pause oder was weiß ich. Aber Kreislauf richtig hoch genommen, ich schwör es dir. Ja, das war auf jeden Fall Tag 5. Ich wollte es nur ganz kurz loswerden. Einfach in Ohnmacht gefallen, Digga. Deswegen, passt auf, Leute, passt auf. Hier, willst du noch was sagen? Nein. Ganz kurz, nein. Alles erledigt. Ja, die Siefkappis laufen immer noch. Ich habe noch diese hier, also mit grau so und hier so grün. Hier verlose ich auch. Wer die auch haben will, kann unten in die Kommentare schreiben, dass ihr sie haben wollt. Und das auf jeden Fall einen Daumen hoch. Da haben wir jetzt insgesamt drei Caps. Nächste Woche kommt die Auflösung. Hat mich gefreut, Leute. Wir sehen uns morgen wieder. Ich bin übrigens morgen im Tierpark. Das wird ganz lustig. Nee, du darfst nicht. Willst du auch mit ins Tierpark? Ja. Selin, we are going to Disneyland. Wir gehen wirklich, ne? Ja, ich weiß, habe ich gehört. Wir gehen in Disneyland, da mache ich auch richtig coole Videos. Aber auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen. Und... Yeah! Heute, das ist mein... Das ist meine Hut. Oh, du Kacke. Guck mal. Seht ihr? Deswegen hasse ich, es hier rauszugeben. Ich schließe mich ab. Kacke. Hull. He! Vielen Dank.